So, wir starten direkt durch mit der nächsten Folge und machen da weiter, wo wir aufgehört haben, ja, im Mercy Hospital. Wir können ja nochmal reingucken hier, danach kommen noch 1, 2, 3, 4, 5 Missionen, der hier selbst. Mercy Hospital, wir sind genau in der Mitte angelangt. Ja, auf leicht und so, alles richtig. So, du bist ja schon, der Backel hier mit der Pet, wie das wieder? Was, mit Pet? Ja, hin und wieder setzt das Pet aus, wir müssen die Maus bewegen und dann geht das Pet wieder. So, ich nehme jetzt aber Charakter, Will, diesmal nehme ich Francis. So, bist du stark klar? Na klar, Mr. Francis. Hehe, dann sag ich mal Prost, meine lieben Freunde, ne. Wie gesagt, auf die Schönheit hier, auf die Stecken. Ja, das muss ein Mann halt. Jo, dann mal grünes Licht hier für No Mercy. Hm. Heilmethode überzeugt, der Kugel für Kugel. Hoffen wir, dass die zweite Folge noch komplett auf die Platte passt. Aber ich glaube, das müsste passen. Oh, es wird doch fällig. Ja, wir werden ja wohl vom Schrauber, äh, vom Dach ankommen. So, kommen wir zum Krankenhaus. Nicht weit von dir ist erbar, nicht der roten Linie. Ich hasse Unterführung. Ich hasse Unterführung. Alles klar auf Deutsch, ey. Aber, geht jetzt runter? Ach, gucke mal. Was? Warte. Was meinst du? Na, ich hab ja das Bild reingemalt. Bild reingemalt? Ja. Wo? Na hier, das hier. Siehst du das nicht? Seh ich nicht, nee. Ja, ich mach's mal hier. Ja, nix. Für ne Spree-Dose. Ich wollte sie nix. Ist das ne Spree-Dose oder was? Ja, guck mal hier auf dem Boden. Ja. Da seh ich nix. Ich will nur ne Spree-Dose sprühen. Ah, okay. Ja, dann. Ich seh nix. Das ist wahrscheinlich buggy im Multiplay. Ja, ist buggy, ja. Ich nehm Molli. Ich hab mal die Hax dabei. Ja, ist auch mal gut. Geht's nicht weiter, die Sackgasse. Ich komm auch nicht raus. Ist das wohl wieder zurück? Oh! Das ist wohl nach. Ja? Nee, ist das Toilette? Ach, hier unten runter. Ja, aber sobald sie die Ketteckt hat, schmeißt sie mich auf den Boden. Ich krieg nur mit der Kettensäge, glaub ich. Aber was liegt denn hier auf, Stan? Das macht necker hier, ja. Ich nehm Tabletten. Ich mach mal Tabletten. Ich auch. Hm. Geht's doch nicht tiefer, oder? Werd ich? Irgendjemand ist leise. Hier geht's weiter. Ich muss irgendwo runter gehen. Ich hab gleich tiefer. Ach da, ja. Ja, da sitzt sie. Ja, da sitzt sie. Vorsicht. Renate! Ja. Boah, die kommt hoch. Jawohl. Hat er gut gemacht. Ja, nochmal nach, ja. Ah, wir müssen da runter, also da ist irgendwo noch ein Boomer gekommen. Ja, das war ein Boomer. Der Wecker klingelt hier. Was ist denn hier, hier, Dudes? Kann man machen? Ich glaub hier Dudes raus, exit, ja. Das regt. Ey, ey, ey! Okay, sonst ist hier nix. Der hat aber nicht so anstecken können. Was ist hier hinter der Tür? Was? Stopp! Was sind wir hier denn, oder da lang? Okay, jetzt noch Branddingens. Schuss! Oh! 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 Das würde ich auch nix. Komm, ich mach das hier zurück, ey. Ey, was ist denn los hier? Komm, ich mach das durch, ne? Okay, in Rennen ist Sackgasse. Also Tabletten gibt's hier noch, oder Schuss? Ja. Ne, ist er nicht. Tabletten, ja. So. Aber kein Midi-Pack, ne? Boah! 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 Weißt du denn, was mich das gerade erinnert hat? Mit der Tür? Ja? Ein Killing Floor. Boah! Ja, da war auch ne Menge los, ja. Ich weiß auch noch welcher Part das war. Boah, jetzt müssen wir hier auch wiederholen. Äh, wo ich gewesen bin. Für den Polizeihaus, oder? Sackgasse. Ja. Oh, hier ist noch ein Spucker. Ja. Lade nach! Lade nach! Da sind wir sicher! Ja. Ja. Hunter! Der ist, der ist, der ist, der ist! Der ist, der ist, der ist. Lade nach! Oh! Lade nach! Lade nach! Wird es oben runter? Ja. Gut. Ja. Ja. Oh. Hey, wer wieder da umkommt, hier. Juhu. Ja, die Witch ist schon overpowered. Ja, ich kenne mich das auch, ja. Oh, endlich wieder ein Medi-Kick hier, ey. Sind da so viele noch da, da kann ich mich einmal noch verarzen und noch eins leben. So, gleich noch eins nehmen, so, nachladen. Ah, volle Munition, ne, das ist ne bessere Stroh und Strohblinde hier. Ah, das ist ja ne geile O.C. hier. Das ist ne richtige O.C., mit Schalldämpfer. Ah, das ist ne richtige O.C. hier. Das ist ne richtige O.C. Das ist ne richtige O.C., mit Schalldämpfer. Oh, die lädt auch sehr schnell nach, die O.C., ja. Oh. Hier ist schon wieder irgendwo ne Witch. Ja. O.C. auch, ja. Den Hunter war das. Ich seh'se. Da hinten war. Oh, die kann auch richtig viel anstecken, ey. Ja, aber auf lange Distanz hat sie kaum Chance. Die kann sie nicht machen, ey. Kommt so nah ran, aber... Waffen! Was, waffeln? Waffeln, ja. Frische Waffeln. Ja, Muni, ja. Ja, Muni, ja. Komm, kleiner. Hey, scheiße. Ich hab mich über den Pummel geholt. Oh, Hilfe. Jetzt hab ich auch noch einen Schub. Ich schucke dich aufm Kopf, ey. Oh, Alter. Ich leade nach. Das war ja normal hier. Lade nach. Oh, schon wieder, Alter. Ich bin weg. Hier gibt's Waffen. Und jetzt, ich bin weg. Ach, ich bin weg. Ich bin weg. Was ist hier? So, wir sprung an. Generatoren, ja? Oh, das hat er. Hey. Das ist gut. Oh, der wird wieder auf doch einen Sprung wieder. Danke. Ich bin ein Charger. die komputer mit breiter sind erstaunlich gut gute arbeit munition hier gibt's mollys da hinten ist das Krankenhaus da gab es noch mehr mollys wo waren die mollys mach ich auch mal hier mach so die lunte brennt und er brennt gut alter da freut sich der feuerteufel da kommt die hoch soo da können wir eigentlich hier runter springen glaube ich nicht, da bricht sie die beine nicht aber wir müssen die irgendwo anders runter hier geht's runter und charger scheiße ursicht ich lade nach die sind und sind das sind Oh Moment, ich muss heilen. Was ist das hier? Gornis. Lade nach. Da vorn ist ein Schutzraum. Ja. Da war die U-Bahn. Da ist er rein hier. Oh, der ist hier jetzt weg. Wieder so ne Überraschung hier. Vor allem da war er im Schutzraum. Da geht es rein im Schutzraum. Da stand genau unter der Tür vom Schutzraum. Der Abwasserkanal. Der zieht ja in die Gülle, da war der Gülle-Gugel. Gülle-Gugel. Da haben sie ja schon Leute reingeschmissen. Gestorben. Wenn du da reinkommst und nicht mehr rauskommst, dann bist du tot. Jo. Das geht schnell. Das überlebst du nicht. Das ist schon passiert, ja. Das Trinkwasser soll ja bald 50% teurer werden. Ich kriege den ganzen Gülle. Der hat gerade in den Trinkwasser. Der hat wirklich eine scheiß Gülle. 50% teurer. Das ist in Ordnung. Dafür arzt ich mich hier. Dann nehmen wir gleich noch ein Medi-Pad mit. Ja wunderbar. So, hier ist... Andere Uzi. Ne, ich will mal wieder jetzt hier... ...Prumpe haben. Jo, wartet mal. Ich nehm Verbandszeug. Hier drüben gibt's Mollys. Ja. Band Munition, Sprechladung. Auch hier ist noch Pillen. So. Hier gibt's Waffen. Hier noch Molli-Bett hier. Hier sind wir hergekommen. Jetzt müssen wir hier wieder durch. Hier zurück und... Was ist das denn hier an Katana? Hier geht's raus. So. Hier. Sackgasse. Waffen. Hier wohl durch. Ne, ist auch eine Sackgasse oder was? Ne. Moment mal. Hier geht's Waffen. Ja. Hier geht's weiter. Was ist da eigentlich? Jo. Waffen! Hey. Oh, schon... Das war ne Präzision, ey. Joey wurde erwischt. Ich lade nach. Erwischt. Feine Sache. Los in den Lift. Lift. Lift mir ab. Vorsicht. Auf. 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 Aha. Achtung. Das wird lustig. Granate. Auf. 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 gut der brennt auch die lunde durchschnittlich wohl ist immer so gut zum abschotten als das die von der Richtung nicht mehr kommen das wird ja gar nicht auf da kommt immer mehr aber keine Munition mehr bei einem Kruppel so ist es nicht aber man soll man in der Nähe müssen wir denn hin weiß es nicht weil dann auch in diese Richtung das lässt aber bitte noch geht sowieso nicht weiter dann müssen wir da unten in das Loch einspringen hier rein oder willst du da hinten sagen? doch da rein oder was? ja hier rein in das Loch bestimmt und dann wir müssen ja hier nach Norden das ist ja hinten Süden wir müssen ja hier hinten das Ertrankenhaus ja wir unten weiter gehen ja Pillen? ja Pillen habe ich noch also ich brauche gar nichts ja ich kann einmal Pillen nehmen und hab ich wieder 100 so du nimmst Tabletten ja dann haben wir das gemeinsam auch Tabletten vor allem Kopfschmerzen blicken vor allem Kopfschmerzen blicken geht jetzt runter und da müssen und da müssen wir auf jeden Fall hier ist ein Exit geht jetzt kommst du? ja manchmal hast du in den Räumen noch was ja aber wir haben ja alles hier ist ein Chucky wir haben ein Chucky Chucky hat immer Nägeln aufm gesehen hier ist ein Chucky hier ist ein Chucky hier ist ein Chucky da ist ein Exit ja hm der rennt wieder rückwärts drauf wird die hier an der Wand ich gucke mir das immer zu gerne in Amerika an wenn die Gangster sich da äh die Gangster Reportagen da ich glaube in L.A. gibt es 150 verschiedene Gangs ich glaube das sind 500.000 Mann das ist eine richtige Armee Alter hohoho der Flygoogle der ist jetzt in Los Angeles ja der sollte mal lieber nicht in die falschen Straßen fahren aber ein Pferde kommt ja nicht mehr raus nach wenn er Pech hat kommt er da nicht mehr weg Alter die nimm ihn einfach in die Körbe weg und verkaufen sie Alter hier sind die Sonne mal schon oh 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 hier geht's in den Gully rein Abwasserkanal hier geht's rein hier geht's rein da spring rein ach du scheiße ich hab keinen Molly Alter ich hab denen jetzt hier die werden Molly gehabt auch das tut ja die treten das jetzt nicht ab hier ne ich kann die Schuhe genießen so wunderbar oh der ist zu hoch sowas nur los Chirky hat mich der ist sogar weit weg ich komm mal zu mal zu ne wir sind ja wieder mitten in der Scheiße drin da gehen ja da da noch gibt's noch kein Riechzocken nochmal gibt's noch riechzocken dann riechst du hier die ganze Scheiße hier ist Brand money ich hab aber keinen Platz mehr Oh, das ist ne Hexe. Nimm jetzt Mediket wieder mit. Wo ist denn das? Hier daneben. Oh. I don't know. Hab ich jetzt Brand Munition oder was? Ja. Ach jetzt? Oh Erfolg! Einer für alle. Geil. Aha. So. Die Lunte brennt! Die Lunte brennt! Und noch der Dickel. Oh, das ist die Hexe. Das ging gut weg mit der Brand Muni, Alter. Ja, ne? Cool. Ja. Ich konnte deutlich weniger einstecken. Ach, ich hab immer nur einen Schuss im Magazin oder was? Ja. Ja, du hast da nur ein einziges Magazin und... Ja, dann ist es aufgebrochen. Wir sind chillt hier. No Smoking. Darauf zieh ich erstmal ein. Das, was verboten ist, macht am meisten Spaß. Das, was verboten ist, macht am meisten Spaß. Okay. Wir brauchen einen Schacht. Was brauchen wir denn? Einen Schacht? Klasse! Hier oben geht's hoch. Ja, hier oben ist wir hoch, ey. Was ist da hinten noch los? Brauch nicht, ne? Ich geh jetzt zum Hospital hier hoch. Aber guck dir genau auf den Arsch! Leber Croft, ey! Ach du Scheiße! No Smoking. Oh ho ho ho! Oh! Hey, hey, hey Charger! Hey, hey, hey! Hast du weh?! Oh, scheiße. Aus der. Oh, Boah, will ich sein. Ich meine, voll diese Überraschung. Überraschung galt bis hier. Ja, kapiert. Schaut, ja. Guter. Er ist down, ja. Ja, jetzt muss ich mich auch verarsten. Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Da oben ist das Dach, ja. Da kommt man nachher noch auf. Und scheinen Hubschrauber ab. Na, kaum sagt er, wir sind sicher, kommt ein Charger, alter. Und Joby. Und Smoker. Schatz oben, ja. Ach, hier ist ein Herz, geil. Anatomie of the Heart. Versammelt euch im Schutzraum. Ja. So, dann nehmen wir uns erstmal... Ich nehme erst mal Tabletten. So. Wir müssen da rein. Ja, ist ja gut. Kein Stress hier. Ich übelstraf der Dübel. Ich schwamm in der Wand. So, das war vier. Nee, jetzt kommt vier. Und dann gibt es zwei Kapitel. Noch das Krankenhaus und dann das Dach. Ich muss nach oben arbeiten. Ich brauche immer noch Vanille. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Wenn man dann erstellt irgendwann auch mal andere Aromen, dass man da hin und wieder mal wechseln kann. Ich helfe dir. Nee, hab ich schon probiert. Mal gucken. So, Moni haben wir genug. Das ist wie bei den Zigaretten. Ich brauche ja normalerweise auch nur Menthol. Und... Ja. Ich habe hier Menthol-Hülsen von Wiese. Ja, habe ich auch. Habe ich auch noch da. Menthol-Hülsen. Ja. So, ich heile mich nochmal. Und dann nehme ich das Medi-Kit. Warte mal. Dann nehme ich einmal die Pillen. Jetzt ist das Medi-Kit. So. Gibt es noch was zum Sammeln? Ich bin mal... richtig. Was ist das hier für ein Bild? Pablo Picasso. So. Fernsehen wird hier nicht geschaut. Er ist raus. Boah. Geil hier. Das hier für ein Bild. Ey. Stör mich nicht beim Bilder gucken hier. So. Das ist... Anatomiel Kabel, ey. Hier ist... Rückengerät, ja. So. 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 Ich würde euch das allen einmal zeigen, meine Freunde hier. Oh. So. 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 was hier schreit oder was? Nee, die Hexe. Das hier. Moment mal. Die ist schon ein bisschen älter die Hexe. Wird verärgert. Wo bist du überhaupt? Wie bist du denn da hochgekommen? Ich glaube. Äh. Hey. Hey. Wollte ich nicht, wenn man die hochkommt? Wir oder was? Sag mal. Da sind wir doch angefangen. Hier ist aber noch... Oh, ich hab mich hier verlaufen, ey. So, da oben. Stairs up. Das ist doch ein Schild. Moment mal, ich hab's gleich hier erstes, ja. Jawohl. Hier gibt's Waffen. So wird er findet. Oh. Der Aufenthaltsraum. Mal hoch hier. Da müssen wir schon Dachboden verkämpfen. So, hier geht's hoch. Wollen wir hier hoch? Geht's genau noch lange, jo? Ja, na klar. Das ist riesengroß. Aber... Hier gibt ja keinen Sinn, weil... Wir sind ja nach oben. Nee, manchmal gibt's ja was besonderes. Und... Na gut, hier die Objekte hier. Was ist das hier? Bilder. Ja. Kann ich mich hier widerstören? Musik mit der AK. Was ist das denn hier bei? Nee, die hat hier diesen scheiß Feuernodus. Ja. Ohne volle Automatik. Na? Oh, hier ist eine fette Blutlaache. Ja, das erinnert mich an so'n... Au! Das erinnert mich an so'n Horrorfilm wie in den Krankenhäusern, ne? Ich hab mir ja mindestens auf Nextom 400 Stück angeguckt, ey. Nextom, wenn ihr Horrorfilme brennt seid, dann muss ich Nextom für 8 Euro holen. Nextom hat 3000 Filme. Und davon sind bestimmt 500 oder 600 Horrorfilme. Die übelsten Granaten sind dabei, Alter. Den hab ich Nextom auch noch nicht gekündigt, aber... Für einen Horrorfilm-Fan ist Nextom ideal. 8 Euro ist ja kein Geld, ey. Ja, ja, Alter. Ja, ja, Alter! Oh! Ja, ja, Alter! Ja, ich hab's hier. Hier. Kannst du so reden? So, wenn man so weitergeht, muss ich nicht verarbeiten. Ey! Hunter? Hier Smoker. Oh ja, auf einmal kommen sie auch. Ich lade nach! 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 So haus an der 24 Stockwerke. Vor allem wir fahren bis zum 28. und den 29. und den 30. dürfen wir laufen. Ja. Dach, ja. Oh, geile Aussicht hier, Alter. Die muss man genießen, Alter. Hier kommt man gönnen, Alter. Das muss man gönnen hier, Alter. Geil, mit Wirt sind alles, ey. So. Ah, der Wind pfeift die auch ganz schön am Jacken. Ein bisschen cool gemacht, ey. Na, dieser Boomer, den es bei, äh, Failing Floor 2 gibt, äh, der ist nicht stärker. Ja. Ja, das ist ein Kotzer, also der kotzt hier. Naja, der hier, der sieht ja genauso aus. Und, äh, ja. So. Hallo. Und, äh, der hat Selbstmord begangen, der ist auch in der Welt verbrungen. Hihihihi. Der Trembockner gehabt, ey. Ich habe die Schnauze voll, sagt er. Boah, da kommt er hier noch um die Ecke, Alter. Ich nehme Tabletten. Oh, ne. Ah, der geht ja. Boomer, ja. Ich bin da. Oh. Timex! Eine Sarcasse! Der Winter ist am Pfeifen. Hier ist auch Sackgasse. Ja, überall Sackgasse hier. Wo hat denn der gesagt? Hier war der? Hier ist noch ne Tür gewesen. Wo gehts hier hoch? Aber wo er meinte, verstehe ich nicht. Nochmal? Oh ja, geiles Panorama, ja? Hier. Ah, lapp. Ich leade nach! Los, alle Mann, hier rein! Ah. So, und jetzt wird noch das letzte Kapitel hier. Erste Sahne. Gut, und jetzt kommt das noch. Ja. Der Platz auf der Platte müsste noch ausreichen. Das war fünf Kapitel, aber so lange war das noch nicht. Was meint ihr? Können wir? Aber noch nicht. Was für Sandsäcke oder was? Molli, ja. Den können wir gut gebrauchen. Bald kann ich leider nicht nehmen. Wo denn? Ey, das sollst nicht du nehmen. Das wollte ich haben, Mann. Hat der mir das vor der Nase weg? So. AK, nochmal nachladen. Den hier noch. Was ist das für ein, ne? Ja, so ein Scharfschützengewebe. Die sind wirklich nicht ab. Die haben wir gar nicht, ne? Ja, so ein Scharfschätzer. Oh, ich kriege das. Ich kriege das nicht. Oh, ich kriege das. Ich kriege das. Das ist gut. Ja, ich kriege das nicht. Und da ist es noch nicht. Ich kriege das nicht. Oh je... Aha... Oha... Was haben wir denn? Hahaha, da kommt er raus hier, ich muss landen. Ja. Ah, scheiße, was ist denn da? Oh, Mensch! Geht jetzt noch ne Treppe hoch? Die Lunte brennt! So... Aha, da ist der Hubschrauber langgeplatzt. Aber da wird wohl noch was getan werden müssen. Alter, hier oben mitten auf dem Dach, Alter. Soll... So... Gehen wir mal hier runter. Okay... So, dann müssen wir hier hinten weiter. Irgendjemand spricht da. Kommst du? Ja... Ey! Ey! Du sollst dich auf mich schießen! Ich lade nach! Ich lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Ich meine, das Spiel ist in Deutschland entwickelt worden. Hier ist der Mond. Hier ist ein Baseballschläger, ja toll! Oh, hier gibt's überall Granaten, ja? Vier verschiedene. Ja, da gegenüber ist noch Geschütz. Die Richtung. Da steht ein Geschütz oben da. Ja... Ja, da geh ich mal ran. Hier ist auch Munition. Und ganz viele Medi-Packs. Da hole ich mir nämlich erstmal eins. Falls du keins hast, würde ich mich auf jeden Fall noch eins holen. Ah, nee. Du hast welche. Hier drüben gibt's Mollys! Molli habe ich noch. Wo starten wir das jetzt? Gute Frage. Munition. Ähm... Bei mir wurde nichts eingeblendet, das irgendwie... Wir drücken die nochmal runter, da hat er zum Punkt gedreht und da startet man das wohl. So, nochmal ab. So. Für jetzt, äh... Fünfzehn Minuten, ja? Aber nicht in den Regen-Wheel-Time hier, Alter. Wie komm ich denn jetzt zu dem... Da hin? Scheiße, Scheiße, Scheiße! Beheilung. Kannst du auch runter sprengen? Ah, das tat weh, Scheiße! Das wollte ich nicht, aber ich musste mich beschützt, ey. Da bist du schon, ja? Hier ist ne Bandzeug. Muni, Alter. Und du musst tierisch aufpassen und nicht, dass er dich hier vom Dach hilft, das hat er. Boah, die glüht ja schon, die Lunte, Alter. Ja, klar. Gatling Gun, Alter, die glüht, fängt an zu fliehen. Gatling Gun, Alter! Ja, das ist ein guckt. Ach, ich bin's. Das ist er. Du kannst ihn nicht mehr so gut zu finden. Ja, ich bin's. Du kannst ihn nicht mehr so gut fühlen. Dann bin's. Ey! Oh, Glück gehabt. Ich muss aufpassen über den Charger. Nicht, dass der dann vom Dach dröhnt wird. Keiner kommt. Lieber unten auf die tiefere Etage gehen. Nicht hier oben bleiben. So, ich verarzt er mich erstmal. Neue Muni. So, neue Edipack. Oh, Charger! So, das war mal Charger. Gehst du wieder ans... Geh? Ich brauche einen Charger. Bist du wieder ans MG? Ja. Ja. Oh, lass ihn in Ruhe. Beschwerde... Dings von ihm. Ja, warte, warte. Hey, du Arschloch. Ah, ich weiß. Warte, ist nix hier. Oh, nein! Charger! Boah, ist das eine fette Bumme, Alter. Alles gespuckt, den Diff. Was? Was? Das war's noch lange nicht. Charger sind am gefährlichsten. Ey! Ist ja gut. Scheiße, jetzt bin ich einfach runtergefallen. Oh nein, der Boomer! Hier hinten wieder hoch, ja. Ich empfange, was ich ja nicht noch基inhalb. Was ist denn was? Ja, ich bin mal auf. Ja, ich bin mal auf. War'n. Ich bin mal auf. Aber ich bin mal auf. Nein, ich bin ein bombast. Ja, ich bin mal auf. Aber ich bin ja nicht. Ich bin jetzt mal auf. Ich bin mal auf. Ja, ich bin mal auf. mach ich platt hey nein nein heute lebt er immer noch der charger oder das ist aber im sinagy gekostet ich meine doch dann halt du mich das gut geil geil Sieh zu! Wo ist er? Ah, der ist zum Heliport WTF? Ich wollte schon reinspringen, ich kam auch nicht rein. Irgendwas hat mich dann zur Seite geschubbt. Guck mal, die winken uns noch. Ich habe schon mal einen Schrauber gerettet beim Heavy Metal Konzert. Ja, das war beim Konzert. Das war mega geil. Da haben wir schon in die Gontarre geschwungen. Das war die Präsentation, ey. Alle konnten überleben, ne? No mercy. Ja, das waren 5 Kapitel, da waren nur 50 Minuten. Das kam mir auch so vor. Ja. Gehtötete Jockeys, Bill14. Ja, die sind manchmal gar nicht schlecht. Ja, die sind manchmal gar nicht schlecht. Ja, die sind manchmal gar nicht schlecht. Ja. Gut programmiert. Ah, der Louis ist selber gut, ja. 1500 Zombies, Alter. So wild, ey. Kann man sich gar nicht vorstellen, ey. So, Leute. Das war Mercy Hospital. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bye, bye. Ciao, ciao.